Und damit sind wir hier auch wieder zurück im Hauptgebäude der Kathedrale. Okay, da unten, die haben sich zum Glück noch nicht in Zombies verwandelt. Und dann positionieren wir mal die anderen beiden. Oh-oh. Das ist das. Das warten Sie nicht. Alles okay? Okay, das scheint also der Ursprung des Virusausbruches hier zu sein. Oh Gott. Ach du Schreck. Das ist ja übel hier. Also hier auf jeden Fall auf Distanz bleiben. Sehr gut, wir haben dazu auch die im Sniper Rifle bekommen. So, jetzt mal ganz schnell das First Aid Spray benutzen. Na toll, verwandeln sie jetzt langsam alle in Zombies. So, mit der Sniper Rifle. Oh. Ja, okay. Ich glaube, auf den Kopf ziehen bringt es zwar vielleicht, aber... Okay, da hinten ist noch ein bisschen Muni. Ah nein, grünes Kraut. Ach, ihr bist auch schon zum Zombie geworden. Da ist euch beide erstmal schnell erledigen. Wo ist dieses Vieh jetzt gerade hin? Keine Panik, Leute. Halten Sie einfach ab. Haha. Alle auf den Weg. Wir kümmern uns darum. Ich glaube, da oben ist echt niemand mehr zu retten. Okay, die schießen hier auch noch ein bisschen mit. Da ist dieses Vieh. Ah toll, wieder ein Waffenträger, der zum Zombie mutiert ist. Toll. Oh Gott. Ah, sehr gut. Munition für die Sniper Rifle. Ja, dieses Ding mal abschütteln. Na toll. Das wird hier auch echt nicht besser. Ah, die Granate. Oh, ich habe jetzt sogar zwei Granaten. Drei Brandgranaten. Dann würde ich sagen... Wir müssen etwas tun. Es sterben, Leute. Alle mal raus, hier. Die sind doch schon so gut wie alle tot hier. Oh. Ah, shit. Ich komme mit der... Mit der Brandgranate einfach nicht genug ran. Jetzt. Ich glaube, wir haben es, oder? Okay. Erstmal... Sie noch schnell erledigen. Bisher sagt meine Gesundheit ja, dass ich hier weitermachen kann. So, ich werde doch mal auch schnell mal nach oben gehen. Oh Gott. Ach Mensch, du musst ja... Ich habe auch hier die volle Zombie-Party. Dann gehe ich wieder nach unten. Okay. Einfach schießen. Und schießen und rennen. Oh mein Gott, ey. Ich checke hier mal eben noch die Gegend, ob ich hier noch irgendwo noch ein wenig Munition für die Sniper-Reife finde. Blöder, dass wir jetzt hier alle in Zombies verwandelt haben. Oh, du droppst Munition. Ach, nicht für die Knarre, die ich gerade möchte. Okay, gleich mal checken hier. Was habe ich noch alles? Naja. Ja, ihr gebt hier beide nicht auf. Das finde ich gut. Na toll. Jetzt lebt mir hier wirklich bloß noch die Handgun. So viel... So viel kann das Ding doch eigentlich gar nicht aushalten. Er kann es ja schon. Ich merke das ja, dass ich das kann. Oh, ich brauche Munition. Ah, hier Munition. Sogar recht nützliche. Jetzt haben wir es, oder? Wir haben es. Ah, sehr gut. Munition für meine schöne Sniper. Ah, toll. Nein, ich komme da nicht richtig ran. Na, endlich. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit, ey. Krasser Fight. Also ich dachte jetzt echt, wir schaffen das hier nicht mehr. Laborschlüsselkarte. Aha. Und Munition. Und wir sollten da oben auf jeden Fall nochmal schauen, denn da sind auch einige Zombies unterwegs. Ich glaube, Megan hat es leider nicht geschafft. Schnell hier die Leiter nach oben nehmen. So, wir haben noch eine Brandgranate. Oh Mann, das war jetzt aber wirklich ein ziemlich krasser Fight. Und ich glaube, so einen Zombie gab es bisher noch gar nicht im Spiel, der blitzschnell, äh, ja, seinen Virus da verstreuen oder versprühen konnte. So, auf jeden Fall jetzt ziemlich knackig gewesen. Und ich dachte jetzt zum Schluss echt, also, wenn es die Munition alle ist, das war's. Aber, ja, dann ja zum Glück nochmal Glück gehabt. Und wir haben jetzt die Laborkarte. Und damit gehen wir jetzt hier die Treppen hinunter. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was uns hier erwartet. Nämlich ein Labor. Okay. Bereit? Ja. Okay.